So, guck mir her, ihr Kühe. So, das ist der Messerator. Ähm... Meh... Hm, vielleicht passt das ja auch gar nicht. Doch, das muss passen. Anders kann ich das gar nicht hinsetzen. Das Ding nennt aus, eigentlich. Hm. Entschuldigung, aber jetzt kann ich das mal mehr tun. Ach, jetzt füllt er Milch auf, oder was? Ah, jetzt ist... ja, okay, voll die Verarsche. Komm, das Ding läuft so so nicht. Jetzt laufen die bestimmt auch überall, ja, das ist klar gewesen. Das Ding läuft so so grad nicht. Oh man, ey. Obwohl, eine reicht auch da dran. Dann baue ich die mal ab. Zack. Ah, es ist dunkel hier. Ja, dunkelheit! Oh, jetzt ist... nein, jetzt hab ich Kacka-Stein kaputt gemacht. Wie? Ich würde mal Kacka in die Hose machen, ne? Ja, ja. Fuck. Ich muss die anders hier rum hinsetzen. Was ist das denn hier? Fuck. Holzpiper hab ich irgendwo anders drin. Toll. Wieder zurück. Mann, ey. Das Spiel verarscht dann hier. Mhm. Ja, du musst ja auch verarscht werden, also. Was? Warum ich? Warum? Einfach nur darum. So, jetzt kann der nämlich Kacke produzieren da hinten, wenn der Bock hat. Nämlich so ne Wörter in den Mund, hallo? Ne, okay. Mist. Produziert einfach nur Mist. Mist die Kacke. Mist die Kacke. Boah, bin ich jetzt blöd? Wo hab ich denn die Plexen getan? Weiß ich nicht, aber blöd bist du, das weiß ich. Ja. Aber genauso wie du. Das weiß aber jeder, dass du blöd bist. Hu, ha, 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 ha. Ja? Du bist genauso blöd, also. Nein. Doch. Ich bin nur verrückt. Ach, tausend sind sie doch. Beides. Brrrt. Brrrt und blöd. Ach, da ist sie geworden. So. Wieder weg mit den beiden. Brrrt. Ja. Das wird gut. Okay. Es wird alles gut. Ja, du lässt mich nie... Die Männer in Weiß kommen gleich. Oh ja. Oh ja. Ich schlack dich mal. Schlack. Wann kommen die denn? Ja, die machen gleich. Ach. Das war eine Waterproof. Ach, leck mich doch ehrlich. Gefällig. Haha. Iiiiih. Streuwagen? Gefällig? Nö. Ey, meine Aufnahme musstest du immer niesen, husten, furzen, kacken rülpsen. Mein. Ich kack. Alles klar, du bist ja warum scheiße. Ne. Doch. Ne. Doch, doch, doch. Nöp. Sind ja noch mehr Waterproof Pipes. Ah, hier sind die guten Transport Pipes. Ja, wo hat er den Eimer denn hingetan? Das versteh ich immer noch nicht. Hm. Komisch. Hat er einfach n Eimer von mir gefressen. Ist halt blöd, deswegen. System ist blöd hier. Ist einfach nur blöd. Blöd. Blöd, man. Blöd wie blöd. Blöd, blöd. Du bist ein blöd, man. Blöd, blöd, blöd. Nein, das Kinderspiel lassen wir jetzt sein, okay. Wir sind nicht mehr im Kindergarten. Du doch, ja. Ich will aber meinen Bagger zurück. Gib mir mein Baggerchen. Ja, ist klar, vielleicht. Ich will mein Baggerchen. Ich will mein Baggerchen. Hm, ja. Gut möglich. Da produziert der jetzt A hier. Ja, der produziert Fertilizer. Na, ist. Industrieren Fertilizer. Ah, ah. Und den Industrieren Fertilizer, den packen wir mal. Er macht Mist die Kack jetzt. Mist die Kack. Ach, ja. Ach, ja. Ach, der Fertilizer muss auf der anderen Seite, glaube ich. So, zack. Oh, jetzt machen wir noch mal ein bisschen mehr Gold herstellen. Ja, einmal sitzt er den so rum, dann sitzt er den anders rum. Und dann macht er so und so und so. Immer läuft das hier falsch, immer nicht wie ich es möchte. Ja, toll. Du bist falsch im Kopf. Ne Bratwurst. Magst du Bratwurst? Magst du Bratwurst? Komm schon, die Zuschauer wollen es wissen. Okay. Ne Bratwurst eine Bratwurst. Nein. Oh, naja. Oh, oh, naja. Ah, jetzt geht's schneller. Okay, jetzt produzier mal ein schön Gold für mich. Da war auch nichts für mit Gold. Okay, es sieht ein bisschen komisch hier drunter aus, aber irgendwie gefällt's mir. Ey, wo tut er jetzt die Samen hin? Er tut die Samen die Samen. Aua! Nein, ich krieg hier Schaden, genau, verdammt! Mist! Wieso? Ach, weil dieses Latschzeug giftig ist. Oh. Das vergiftet einen und macht einen hungrig. Du hast mich schon wieder ne Kartoffel essen. Bist du doch ne Kartoffel, ehrlich. Das, 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 das. So. Ey, gleich können wir Kuchen erstellen. Yay! Party! Party hart! Der Mist, genau. Du machst Mist, die Kacke. Ja, das stimmt. Füllt er denn auf? Er füllt auf jeden Fall auf. Das freut mich. Ähm. Ja. High Slime. Oh. Bevor das machen, mache ich das jetzt mit diesem Stamper. Weißt du denn noch wie? Ja, mit einem Diamantblock, vier TNT und vier Obsidian und das ins Stamper reinpacken als Rezept. Und dann macht es einmal bumm und dann gibt es 18 Shards. Ja. Aber dazu brauche ich erst mal Sand. Oh, war das viermal Sand oder fünfmal Sand? Ich glaube viermal Sand und fünfmal TNT. Ich glaube viermal, ja. Bist doch nicht so böse, wie du aussiehst. Hä? 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 Oh, ich müsste mal ein Creeper-Ding machen. Ein Creeper-Spawner? Mh. Ja, für genug TNT, ne? So sieht's aus. Aus. Brrrr. Eins, zwei, drei. Aus die Maus. Ah, für vier hat's gerade noch gereicht. Yeah. Ein Dia-Block. Was war das? Genau. Ein Dia-Block. Cool. Schon wieder keine goldenen Chips, in der Tat. Oh. Ich wollte sagen, schon wieder keine goldenen Chips mehr. Äh, warte mal, die goldenen kannst du haben. Nein, ich bin doch schon dabei, die zu produzieren. Weißt du warum? Nee, oder brauche ich die auch für die Dia-Dinge? Ich weiß es nicht. Behalt sie doch. Ja, behalt sie doch. Christian Bratfunk ist gar nicht am Kopf. Gerade mal gleich zwei Stacks von den Chips. Ja, du übertreibst es auch. Wegen die leckt es auch bestimmt. Ja, wegen mir. Funktion, Liquidite Crafter, Computer Control Crafter. Ähm, Stamper da. Okay. Bratwurst. Ja. Oh, ich weiß, dass ich voll vergessen habe, mal unter die Videos zu gucken, wie viel Mitleid du eigentlich von mir bekommst. Voll klein. Doch, stimmt. Du hast bestimmt einen Daumen hoch bekommen irgendwo. Ja, guck, da muss ich so viel Mitleid dir spenden. Ach, hau ab. Hab ich doch immer gesagt? In den letzten in den Aufnahmen. Spenden dir Mitleid. Oder zumindest ich. Wenn du einen Daumen hoch bekommst. Du hast so einen Charme. Okay, das Ding habe ich jetzt hier fertig. Lalalalalalalala. Nein, Dick. Curfpack Stamper. Alles. Alles, was ich nicht brauche. Kommt da rein. Kubli-Stone. 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 Ingen. Ingen, Mexiko. Und ein Piston. Bam. Curfpack Stamper. Jetzt mal die Fairrids weitersetzen. Jetzt knallt es einmal. So, und was brauche ich jetzt? Dieses komische, wie heißt es? Fairrids? Keine Ahnung. Fairrids? Oder war es da? Da gab es auch diese... Diese Lampen. Und dafür brauche ich einen Netabrick. Netabrick. Welche Lampen? Netabrick. Da kann man doch diese Lampen hier auch herstellen. Ach ja. Aber Netabrick habe ich noch. Mhm. Die angeblich so viel leuchten sollen, diese Lampen. Mhm. Oh. Aha. Ja, die sollen verdammt... Ich bin im Hintergrund gerade ein bisschen. Pass auf, jetzt kommen wieder... Meine Zaunspacken wieder. Kommt da wieder die Ausrede. Hä? Wo ich mich in weit jedem Hintergrund höre? Weißt du schon wieder mich im Hintergrund? Ey, das ist jetzt aber komisch. War zumindestens ebenso. So. Ich brenne mal 32 Eisenblöcke. Dafür kann ich jetzt aber nichts für. Ja, ja. Können wir mal schlafen gehen? Nein. Och, bitte Centus. Ich flehe dich, ich hole mir gleich was zu essen. Dann kaufe ich dir wieder was vor. Aber wir haben ja noch nicht so spät. Wir wissen auch gar nicht, wie lange wir heute machen. Ta-da-da. Ich muss noch her aber noch Darkseiders und so aufnehmen. Hm. Das kannst du auch noch machen. Nachdem wir es... Bugs auch noch aufgenommen haben. Ja. Lololololala. Ich leake bad. Weil ich möchte jetzt gerne irgendwo anzünden, wo ich freie Fläche habe und keine Monster sind. Monster sind... Monster sind... Monster sind... Kacke. So wie du. Ne. Toh, jetzt habe ich meine Barrels in den Barrels dringend. Psst. Du musst schlafen gehen. Heu doch. Ach, Centus. Tu mir doch einfach mal den Gefallen. Heu doch. Du wirst am Bett immer bei dir da rumfliegen. Ja, ganz unten. Ja, tu doch es einfach... Nimm doch immer mit und tu es in dein Inventar oder so. Am Arsch. Ja, was denn? Danke. Ich hab dich lieb. Nicht. Nicht den. Ich hab dich nie lieb. Au. 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 Was? Oh, oh. Oh, oh. Ich muss den Notschalter herbetätigen. Weg, weg, weg. Der Blaze Border ist am Laufen. Aha. Ja, weil ich, ähm, was angemacht habe, was nicht lustig war. Aha. Äh, ich dachte, ich kann hinter mein gerade Ausgang erweitern, aber das war nicht so. Aha. Kann auch sein, dass da von die Legs kam eben? Nein. Nee, hab ich erst gerade kaputt gemacht. Ach so. Ach so. Alles gut. Ja, findest du? Falsch gesetzt. Natürlich doch. Monster-Reihe 1101. Ist das 1101? So. So, so, so. Nee, vom Leggen, von mir kommt's nicht. Nee? Nee. Aber ich hab den Notschalter wieder gesetzt. Hm. So. Und jetzt fehlen nur noch. Eins. Zwei. Also zwei rein, wo ich auf den Boden... Drei, äh, drei oder vier rein. Also Ebenen, wo ich an der Decke noch sitzen muss. Die Berries. Keks. So, wie war das jetzt? Einfach nur Blöcke auf den Boden setzen und dann anzünden, oder wie? Ja. Okay. Ganz so einfach. Aber jetzt ist schon mein Feuerzeug kaputt gegangen, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber ich brenne, aber ich brenne. Wow, stell ich mich an. So, wie denn hier? Ach, hier ist auch noch so viel Müll drin. Boah, ich brenne gleich alles ab. Wombritt, das sind so viel? Ah, jetzt ist fertig. Oh, jetzt brennt gleich hier alles unten. Hilfe. Wie bist du denn? Bei mir unten. Aua, 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 aua. Das ist gar nicht gut. Pass auf, da unten. Ja, ich weiß, das ist bei... ...die Feuerkühlen rumfliegen. Weswegen. Aber ich hab von meinen 32 Blöcken nur 26 bekommen. Nein, aua, aua. Warum geht das denn so hoch? Ach, aua, aua, ich sterb gleich. Muss in der Mitte stehen bleiben, dann kriegst du die Dinger nicht ab. Deine Barrowels fackeln ab, ne? Egal, kack drauf. Scheiß drauf, lass die da unten fackeln, du Mistdinger. Ich wär fast gestorben. Was ist das gerade kaputt gegangen, ne? So ein... ...koppelst du ein Barrowel von dir? Ja, und? Und ich hab das alles abbekommen. Ist doch nicht mein Problem. Hast du ja abbekommen. Nicht ich. So, Dimensional-Ding. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, diese Blaze-Words. Genau. Blaze-Words, Ender-Pearl-Eder, Schitte. Da sind meine Gierne, yes. Dein Holzbrett, dein Holzbrett. Was? Dein Holzbrett, dein Holzbrett. Wo? Ja, wo ist da, du Vogel? Da. Oh, oh, oh. Siehst du das? Oh. Deine Bücher fressen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.